Die Amateure waren am Start im Bereich der Firma Alpenspan, die große Tour mit einer jungen, aufstrebenden Siegerin in Rot-Weiß-Rot, Marie-Christine Sebester. Marie, Gratulation wiederum zum Sieg. Salzburg scheint ein guter Boden zu sein, denn alle Jahre wieder erklingt die österreichische Hühne für dich. Ja, danke. In Salzburg springen meine Pferde immer sehr gut und es ist ein wunderschönes Turnier und super organisiert. Du reitest ja auch für das Team R34, die ja auch hier Partner sind bei den Mephister Matthias Horst Indors und etwas, was uns besonders freut, du bist am Anfang alleine gekommen mit der Mama und der Oma und dieses Jahr hast du ja eine ganze Pulkern Freundinnen mit. Wie kommt's? Ja, also R34 sponsert mich seit Anfang 2015 und am Anfang hat mich eben meine Mutter und mein Vater und meine Oma unterstützt und jetzt habe ich auch Sponsoren an meiner Seite. und ja. Ja, es sind aber sehr sehr viele Freundinnen aus deinem Stall hier zum ersten Mal am Start. Hast du so viele Werbung oder Mumbo-Vorganer für uns gemacht? Ja, alle wollen nach Salzburg, weil sie immer die schönen Fotos sehen und hören, wie schön es hier ist und jetzt sind alle hier. Ja, dann wünschen wir euch nicht nur sportlich, sondern auch gesellschaftlich, vielleicht bei den S. Oliver Reiterspates viel, viel Vergnügen und schöne Tage nach Salzburg. Danke. Danke.